Ich kann euren Vater nicht verstehen. Bloß nicht bewegen. Sonja, was ist das? Geh weg von der Tür! Igor, ich sitze auf einer IED im Autofest mit Noah und Zoe. Jede Bombe war dir wichtiger als ich. Wenn du ihm etwas zustellst, dann bist du dafür verantwortlich. Wie geht es dir? Vor der Entschärfung müssen wir alle Eventualitäten durchspielen. Geh weg von der Tür! Nein, wir können nicht mehr warten. Madame, schon wegen der Kinder sollten wir möglichst schnell eine Lösung finden. Sollen wir explodieren? Sonja, Igor ist gut, aber nicht unfehlbar. Und wir beide wissen das auch. Sonja, was ist das? Was hast du gemacht? Ihre Kinder sind Kollateralschäden. Kennen Sie eigentlich unser Motto? Du machst nur einen solchen Fehler. Drei! Zwei! Eins! Zwei! 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 Vielen Dank.